Hey hohen Leute und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Age of Empires 3 The Asian Dynasties und das ganze natürlich blind. Ja, wir hatten jetzt vorhin noch Karten ausgesucht und ich denke wir machen einfach jetzt ja weiter und spielen. Dezember 1421. Nie hätte ich geglaubt, je eine unerfaschte Wildnis zu entdecken. Wie viele Stunden meiner Jugend habe ich damit zugebracht, über den Yin-Za-Yang zu blicken und zu hoffen, ein derartiges Schicksal im strömenden Wasser zu erblicken. Aber für Träume bleibt keine Zeit. Das Leben meiner Besatzung hängt von mir ab. Fortfahren. Ich höre so ein Knistern gerade durch meinen Kopf, ja. Jetzt nicht mehr. Na gut, wir sollen was knacksen in der Feuer. Das ist erbärmlich. Selbst am Ende der Welt bringen sich die Menschen für Macht gegenseitig um. Apropos erbärmlich. Wo ist der Admiral? Unser Kommandant ist verschwunden. Ich fürchte, er wurde mit den anderen gefangen. Keine Sorge. Wo er herkam, gibt es immer noch einen Admiral. Vielleicht ist Jinnahe wirklich seinen eigenen Weg gegangen. Denn ja, ist er jetzt der Wildnis ausgeliefert. Können wir dann diesen verfluchten Felsen verlassen? Nein. Stelle einen Suchtrupp zusammen. Viele unserer treuen Gefährten wurden gefangen. Wir müssen sie vor dem Abend finden. Ich glaube, sie zu finden ist leichter, als du denkst. Direkt so nebenan, oder was? Und wieder ein Ladebalken. Ich frage mich ja immer auf, wieso ein Ladebalken, wenn man einen Filz in der lädt? Kann man das nicht direkt einfach so in so einen Player und dann los? Naja, ganz komisch. Rettung in der Wildnis. Oh, wir können direkt loslegen, sehe ich gerade. Ich habe die gefangenen Gefährten gesichtet, aber es sind zu viele Feinde. Jetzt ist keine Zeit für Feigheit. Wir müssen unsere Gefährten befreien, bevor sie das feindliche Lager erreichen. Aha. Das mit dem paar Heinis. Halten Sie den gefangenen Konvoi auf, bevor er sein Ziel erreicht. 2000 Erf. Das ist zu dicht. Wir erreichen den Konvoi nicht rechtzeitig zum Angreifen. Verneutze einige Sprengladungen der Flotte. Versuche ein paar der Bäume mit einer Explosion zu fällen. Verhofft. Alter. Ne, der. Der da. Ich möchte sagen, wie er so davor steht. Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappen würde. Okay. Gut. Hier, Schlange tot. Bam! Du werf mal eine Granate rein. Boom. So, jetzt können wir weitergehen. Können wir irgendwas ausblühen? Ne, ne? Ah. Ich will eh gerade, wie wär's... Wär jetzt von hier angreifen, wär das ja blöd. Oh. Ich kann noch stehen bleiben. Das ist ja Knorkel. Oh. Hier ist irgendwas. Kapitän! Deine Mannschaft ist im Dschungel verstreut. Beeilung! Unseren Freunden droht ein böses Schicksal bei den Indern. Naja, wir bauen erst mal was hier auf. Kapitän! In dieser Gegend gibt eine weitere Gruppe Inder. Wir sollten ihr Vertrauen gewinnen und uns verbünden. Frank-Kawaii, die hört sich. Versteh ich nicht. Kann ich mich da hinstellen? Für mich! Ist nicht ganz komisch, naja. Wie soll's denn noch sein? Also hier kann ich jetzt irgendwas machen. Aufgrund der strengen Maja-Kalender... Äh, nochmal verdammt. Aufgrund der strengen Maja-Kalenderstammeln, du aufbewohnern Nahrung bei Jagen oder Ackerbau schneller? Interessant. Ja, ich denke, ich bleib hier einfach mal stehlen, so... Oder ach, ne, Quatsch. Und noch was anderes vor. Kannst ja hier erstmal so... Zack! Schlimm drauf, Bewohner! Warum sagt mir das keiner? Warum sagt mir das keiner? Drei Dorfbewohner... Ja, wo soll ich jetzt mein Dorf bauen? Bum! Bum! Na gut, ich sollte gehen. Lauf! 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 Ah, die lässt mich in Ruhe... Ja, keine Ahnung. Was soll ich hier machen? Soll ich einfach mal Reisfelder anbauen, oder was? Hab ich... Hab ich auch nicht genügt. Was? Wir müssen uns beeilen. Jede Sekunde kann das Leben eines Schiffskameraden bedeuten. Aha! Die gehen also einfach weiter da, diese... Ah! Ich verstehe langsam... ...die das hier meinen. Das ist schon geplant, dass ich da nicht langs soll, sondern hier unten lang. Oh, läuft! Lauf! Schlau... Lauf! Mein Gott! Ich wollte echt mit Nacht Mira halt! Tötet sie alle! Macht sie fertig! So, den machen wir auch fertig, diesen Hund da. So, und du kannst das mal holen. So, wenn meine Leck geht. Äh, ja, jetzt muss ich aber hier rein, oder wie? Oder was? Oder wie? Oder was? Verstehe ich nicht. Ganz komisch. Ist wieder ganz komisch. Er hat... Ein bisschen Nahrung. So, jetzt wollen wir erstmal ein bisschen Holz. Kann ich ja durch? Ja, warte, wenn der wieder seine cool... ...Tacke einsetzt. Hallo! So. Mein Gott, es fräcken aber mehr hier. Danke, Kapitän. Wir wollen uns dir anschließen. Diese Feinde kämpfen tapfer. Du brauchst unsere Hilfe. Ja. Ist die Frage, was das für Hilfe da sein wird. Oh, ich könnte ja mal hier einfach mal ein bisschen gucken. Was hier so gibt. So ein halbes Indianer-Dorf. Na dann. Einfach mal weitergehen. So. Hier kann ich irgendwas Sinnvolles machen. Eine Bursch. Komm, Marktplatz. Na, komm, den baue ich... ...noch hier hin. So. Hm. Oh, ich hab noch so eine Arbeitskraft. So. Ja, warte, ich kann das ja auch schon... So, ja, wahrscheinlich gehen die denn hier lang, oder wie? Oder wie, oder was? Oh, guck mal. Da können wir was ausheben. Und, was ist es? Wert von 30 Münzen. Was ist denn Wert von 30 Münzen? Hab ich gefunden. Na ja, da. Oh. 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 Was machst du? Fertig. Oh, mein Gott. Jetzt hab ich gar keinen Soldaten mehr. Ha. Ah, sehr gut funktioniert. Ah. Was ist das? Äh, für alle natürlichen Rohstoff erhöhnen. Ja, das können wir auch machen, oder? Ja, wir lassen es einfach sein. Komm, wir verpissen uns hier. Ich fahre wirklich den Satz mit X irgendwie. Ja, gefangen kommen, weil er hat sich 21 Sekunden. Was soll ich denn hier machen großartig? Kann ich doch gar nichts. So. So. Jetzt wird mal das schneller. Nahrung hätte ich jetzt auch. Das würde reichen für ein Dorfzentrum. Könnte ich noch mehr Arbeit machen. Oh, da ist mal jetzt direkt hier. Äh. Äh. Kriegsakademie. Äh, machen wir erstmal hier so, so was. Hier hin. So, zack. Der gefangenen Konvoi. Angriff befreit unsere Freunde. Groß war schweig. Leute, holen Sie das schneller auf. Mein Gott, der wird so fertig gemacht. Ach, guck mal, das sollten wir so etappenweise haben. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Okay, wir verpissen das. Lauf! Ne, jetzt stehen bleibt, wär cool. Okay, kann ich mir nämlich... Das war so ein bisschen... ... was recht bauen. So. Was haben wir hier? Dann haben wir die Geschwindigkeit der Dorfbewohner für alle natürlichen Rohstoffe. erhöht. Aha, der gefangenen Konvoi bleibt erstmal stehen. Eine Zeit lang. Ja, muss ich warten, bis er sich wieder hier regeneriert hat oder was. Genau. Äh... Holz. Wir brauchen Holz. Ganz viel Holz jetzt gerade. Holz, wie es nur geht. So, machen wir das schon mal. Reisfeld, Marktplatz... Äh... Ehm... Pfft, tsch, 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 tsch... Ein Konsulat. Wäre das eine Idee? Ne, ne? Ich glaube nicht. Ah, guck mal, da können wir ein Häuskel reinsetzen. Hier können wir ein bisschen Bäume fällen. Müssen wir sehen, dass wir hier ein Militär bauen. Ah, ne, das ist immer noch zu teuer. Aber das wäre die einzige Möglichkeit. Und die einmal. Hm, 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 komisch. Sehr komisch wieder. Hehehehe. Ja, weg da. Ja. So, zack. Hallo. Hm. Ah, er sollte sich verpissen da. Hehehe. Ganz gut geschwächt schonmal. So. Da haben wir neue. War Militär hier. Ah, wir brauchen Fleisch. Aber richtig viel. Wollt nicht. Ähm. Weiterhin. Die Klokasse 200. Das kann ich nicht machen gerade. Kann ich auch nicht machen, weil ich Nahrung brauche. Hm. Ja. Ja.